Was geht ab meine lieben Freunde, ihr seht Rapptastisch. Heute geht es um den Handschlag von Kollegah und Cool Savas. Gestern Abend fand ein großer Augenblick für den deutschen Rap statt. Gleich drei wichtige Battle-Turniere fanden im Astra Kultur aus ihren Sieger. Kollegah und Top Tier Takeover starteten vor einigen Monaten ihre Zusammenarbeit auf der Suche nach dem besten Battle-Rapper Deutschland. Der Sieger des Main Events erhielt dabei nicht weniger als sein Preisgeld von 10k und die Chance auf ein Album Release bei AME. Die Judges, die die Battles an diesem Abend bewerten sollten, hat ein Hochkarätiger nicht sein können. Mit Dahlia, Smalltrip, Tearstar, Kollegah und Cool Savas wurden die vielleicht erfahrensten und besten Texter des Landes an Bord geholt, um den Sieger des Alpha-Royal und des Top Tier-Royal zu finden. Einige Tage zuvor verkündigte Kollegah bereits den Hammer. Der Boss of Rap und der King of Rap treffen zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder aufeinander und legen ihre Streitigkeiten bei, um dieses Event gemeinsam zu supporten. In Kollegahs Story ist jetzt bereits zu sehen, wie die beiden zusammen im Backstage abhängen und Scherzen machen. TV Straßensound hat ein paar Aufnahmen des Moments gemacht, als Kollegah und Cool Savas sich die Hand geben. Pure Gänsehaut. Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lass deinen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei Rap-tastisch.